Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute spielen wir eine Runde Minecraft Lucky Wars Und ja, das ist jetzt auf MrBanks.net, glaube ich Ich weiß es nicht ganz genau. Ich vergesse immer den Namen und wir starten einfach in der Lobby Ich sehe das immer so schlecht. Okay, wir nehmen die Lobby Welche Map? Ach komm, mach die. Ist mir eigentlich scheißegal Nein, ich will die Coins Scheiße, ich wollte hier die Coins holen Wie viele Coins habe ich eigentlich? Ich weiß es nicht So, startet gleich und schauen uns hier mal an Was? Wie viel? Wir gucken hier, vielleicht ist ja noch so ein Coin Drop oder was das ist Ne, ich glaube das ist ein... Warte Jackpot, was? Was? Das ist ein Jackpot, Leute Okay, eine Tür mit einer Wand davor Startet gleich, aber ich mache hier einen kleinen Katz Wir sind jetzt im Game Und ja, wir brauchen... also hier Das noch nicht verstandener Tier sind Lucky Blocks und Kisten 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 Gönn dir Gar nichts hat er getroppt Ach man Also hier müsste irgendwo auch an die Kiste versteckt sein Ah ja Ja, gut Habe ich gesagt Oh mein Gott Ach du Scheiße, ist ja richtig die OP-Küste Erde Erde Das noch Was nehmen wir dann? Also Essen auf jeden Fall Essen auf jeden Fall Und das Und das Ich glaube wir bauen uns direkt rüber, aber erstmal essen wir etwas Ach du Scheiße, es wird so übertrieben ausschauen, wenn wir jetzt einfach mit der Diarussi kommen Oh mein Gott Er schaut sonst schon drinnen Hä Achso Ich habe extra meinen Goldapfel verschlungen Was? 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 Was macht der Junge? Was ist der Boden zu schwarz? Ist unheimlich Oh shit Ach da drüben Ich weiß was der hat, der hat einen Creeper-Bogen, der schießt Creeper Ja der schießt Creeper Oh shit Fuck Lass das Ach du Scheiße Oh ihr habt keine Pfeile mehr Denn für die gibt's nicht so viele Pfeile Komm tötet ihn, tötet ihn Tötet ihn Nice Okay Ich habe auch jetzt einen TNT-Bogen Der wird für einen Überraschungsangriff nutzen Nützen, nutzen Ähm Da hat man gar Ja so etwas zum Beispiel Oh die Er ist einfach nicht gestorben M-M-M-Ney Er ist einfach nicht gestorben Kommt, der fickt dich Hm Ich überlebe gerade Wie könnten wir das machen? Er hat so gute Sachen Vielleicht mal Frieden Warte Warte Vielleicht machen wir Team Oder? Warte Team 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 Da will mich töten Da will mich töten Ich bin doch nicht behindert Team 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 Oh, das hat jetzt nicht mit dem gerechnet. Hahaha. Ja, ich bin auch drin. Mann! No way, no way. Die kleine Schwuchtel hat so Schiss. Was macht der? Was willst du mit dem? Er hat einen Goldapfel gefressen. Ja, und da kommt. Die kleine Schwuchtel, Junge. Die kleine Schwuchtel tötet mich, mich tränken. Die kleine Schwuchtel tötet mich, mich tränken, Junge. Also, das ist mal eine richtige Pussy. Eine richtige Pussy. Aber ist scheißegal. Und ich würde sagen, das war es diese Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo nach oben da. Ja. Und ich würde sagen, bis bald. Ciao. Ich würde sagen, bis bald. I have hella feelings for you